Wir sind gestern drei Stunden am Stück vom Hotel bis an den Elea Beach gefahren, denn wir haben uns doch überlegt, dass wir Weihnachten und Silvester nicht alleine verbringen wollen. Deswegen sind wir jetzt schon am Elea Beach und wir freuen uns mega, dass wir hier Heidi und Willi wieder treffen, die wir schon 2020 hier kennengelernt haben. Wir haben ein Paket von meiner Oma erhalten und zwar eine Weihnachtspost. So, ihr freut sich auch, wie man vielleicht hört. Meine Oma hat uns ein Paket gepackt mit ein paar Geschenken und morgen ist der 24. und wir freuen uns mega darauf, auch ein paar Geschenke zu haben und sie auszupacken. Und ja, vielen Dank, liebe Mämmi und Peppi. Wir freuen uns sehr, sehr doll. Heute ist Heiligabend und das ist der Tag, an dem mein Papa Geburtstag hat. Alles liebe Papa, ich vermisse dich sehr, aber so lange ist es ja auch gar nicht mehr, bis wir wieder zurückfahren. Wir stehen hier am Elea Beach und wir stehen hier auch wieder mit Willi und Heidi und es sind auch noch ein paar andere da und wir machen heute ein gemeinsames Weihnachtsessen. Jeder macht ein paar Sachen und ich werde mich jetzt ans Apfelkuchen backen machen. Ich weiß nicht, ob das... Oh, scheiße. Ja, man sieht. Du hast Spaß, ne? Ja. Oh! Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, aber ich glaube gar nicht. Ja, the best. Oh, the best. The best is yet to come. Hey, future. I believe, I believe we're heading for the day. Where the work that was done will finally make a way. To the hope that we have for all, that's why we say. Hey, future. Hey, future. Oh. The best is yet to come. Yeah, 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 yeah. The best is yet to come. Yeah, 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 yeah. I know, I know, I know. I feel it in my bones. Yeah, the best. The best is yet to come. The best is yet to come. The best is yet to come. The best is 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 to come. We haven't seen it yet. I've seen it, it was a lot of information. It's also a hospitality. That was a really cool. And then we decided to be a day longer. It's still a bit longer. It's still easier to be with us. weiterfahren. Und tatsächlich sind wir im neuen Jahr dann Richtung Pylos gefahren, wo wir nämlich auf unserer letzten Reise noch nicht waren. Wir haben irgendwie diesen Ort ausgelassen, warum auch immer. Und dieses Mal haben wir dann Pylos angeschaut, weil ich wollte da unbedingt noch mal hin. Und es war auch super schön, uns hat es dort sehr gut gefallen. Ein Abend kam allerdings ein Sturm auf und dann sind wir noch mal umgeparkt und wollten nächsten Tag weiter dann nach Metoni. Aber Metoni war auch total überschwemmt und die Wellen haben schon Steine auf die Straße gemacht, sodass wir da gar nicht langfahren konnten. Und haben uns dann dafür entschieden, dass wir einfach wieder umdrehen und haben somit noch zwei Tage Pylos drangehängt und waren letztendlich ich glaube fünf oder sechs Tage dort. Ich weiß nicht genau. Wie auch immer, es hat uns sehr gut dort gefallen. Und ja, jetzt wollten wir weiter Richtung Ochsenbauchbucht. Dort sind wir noch in einem kleinen Ort zwischen Pylos und Ochsenbauchbucht angehalten und haben da auch nochmal zwei Nächte gemacht. Super kleiner Ort, aber auch einfach gemütlich. Und ja, gestern hat es den ganzen Tag geregnet, deswegen haben wir da einfach auch noch verbracht. Und heute wollten wir dann weiter hier zur Ochsenbauchbucht, wie ihr sehen könnt. Und dann ist uns aufgefallen, dass der eine Reifen vorne rechts platt war. Also so gut wie platt. Auf jeden Fall haben wir Luft verloren, sind dann zur nächsten Tanke einen Kilometer gefahren, ganz vorsichtig. Und ja, da gab es an der Tankstelle direkt einen Autoservice, also eine Werkstatt. Und die haben uns direkt geholfen. Dann haben wir auch den Übeltäter direkt gefunden. Es war ein kleiner rostiger Nagel, an den wir uns eingefahren haben. Und ja, die haben den Reifen jetzt geflickt. Ja, mal schauen. Wir haben uns schon überlegt, ob man damit jetzt gut fahren kann. Aber wir behalten das mit dem Auge. Ansonsten werden wir auch noch die beiden vorderen Reifen tauschen. Mal schauen. Wir behalten das, wie gesagt, im Auge. Ja, und jetzt sind wir angekommen, hier in der Ochsenbauchbucht. Und wir sind zum zweiten Mal hier. Und wir sind wieder super, super froh, hier zu sein. Das Wetter ist heute bombastisch. Und ja, die Aussicht, dazu braucht man glaube ich nichts sagen. Aber seht selbst. Ja, ihr Lieben, ich bin gerade unterwegs. Und es ist tatsächlich so weit, es ist ja der letzte Sonnenuntergang. Die Sonne ist von hier aus gesehen schon fast weg. Ja, der letzte Sonnenuntergang, den wir jetzt hier in Griechenland mitkriegen. Denn wir sind in der Nähe von Patras. Von Patras aus kann man mit der Fähre rüberfahren nach Italien. Und das ist tatsächlich auch unser Plan. Morgen 17.30 Uhr geht unsere Fähre. Und was soll ich sagen? Ihr habt die letzten fast drei Wochen bestimmt nichts von uns gesehen, weil wir einfach wieder am Elea Beach standen mit Freunden und Bekannten. Neun Bekannten, die wir ja dort kennengelernt haben mit Bekannten oder Freunden aus 2020, die wir auch schon hier in Griechenland kennengelernt haben. Und was soll ich euch sagen? Ich möchte ehrlich sein. Ja, ich wollte nicht oder wir wollten einfach nicht, dass der Content für euch zu langweilig wird. Und was will man drei Wochen lang an einem Spot aufnehmen? Das wird dann einfach langweilig. Das muss man so sagen, wie es ist. Beziehungsweise wir haben uns das zumindest so gedacht. Und deswegen haben wir die Zeit für uns genossen, haben die Zeit mit den Freunden genossen. Und ja, somit geht es jetzt langsam, aber sicher wieder Richtung Deutschland. Und ja, was soll ich sagen? Wir setzen jetzt nach Italien über, werden von Italien relativ zügig nach Deutschland fahren, werden in Stuttgart nochmal bei meinem Onkel anhalten und auch bei Julie's Schwester. Denn Julie Schwester wohnt für ein halbes Jahr oder für eine gewisse Zeit auf jeden Fall in Stuttgart. Deswegen fahren wir da nochmal vorbei. Und ja, wir genießen jetzt den letzten Abend hier. Ich hoffe, euch haben diese kleinen Schnipsel trotzdem alle gefallen. Wir werden euch jetzt auf jeden Fall in diesem oder vielleicht auch im nächsten Video noch mit nach Deutschland zurücknehmen. Und dann schauen wir einfach mal, was in Deutschland auf uns wartet. Und ja, was wir so in den nächsten, in der nächsten Zeit machen werden. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und jetzt geht es für uns noch einmal ans Wasser, beziehungsweise ich bin jetzt schon am Wasser und wir genießen den letzten Sonnenuntergang hier in Griechenland und setzen dann morgen mit der Fähre über. Wir sind auf jeden Fall. Und ja, werden wir sehen uns schon am Wasser. Und ja, werden wir sehen uns Wir sind jetzt tatsächlich schon in Italien angekommen. Es hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben das Ganze gebucht, haben ungefähr jetzt 730 Euro bezahlt. Wir finden es ziemlich teuer. Wir sind der Meinung, wir haben letztes Mal, also 2020, wo wir die Überfahrt gemacht haben, so um die 350 Euro bezahlt. Das ist weniger als die Hälfte davon. Das fanden wir schon irgendwie krass. Aber gut, was soll man jetzt machen? Wir haben es trotzdem gemacht. Wir hatten eine Vierbettkabine. Wir hatten natürlich eine Padkabine. Das heißt, Nala durfte mit in die Kabine rein. Zoe war dabei, Julie war dabei und ich war dabei. Wir sind von Patras nach Ancona gefahren, falls wir es noch gar nicht erzählt haben. Und ja, jetzt sind wir schon ein bisschen unterwegs. Es ist super, super komisches Wetter. Also irgendwie, vielleicht gehört das einfach dazu, dass wir, ja, wir fahren jetzt Richtung Deutschland und das Wetter ist einfach nur bescheiden. Wir nehmen uns ja auch nicht so viel Zeit für die Rückfahrt. Das heißt, genießen könnten wir hier eh nichts. Wir ziehen jetzt durch. Und ja, ansonsten, die Fährfahrt war so durchwachsen. Die Fahrt an sich war sehr, sehr gut. Also nichts ruppig. Wir können das beide sehr, sehr gut ab. Und auch Zoe hat keine Probleme mehr gemacht. Auch Nala natürlich nicht. Allerdings war es so, dass Zoe nicht durchgepennt hat. Das heißt, wir sind um 4 Uhr nachts aufgewacht. Und ja, sie wollte irgendwie spielen. Hatte Bock, irgendwas zu unternehmen. Dann sind wir auf dem Schiff rumgetingelt und so. Aber das gehört nun mal dazu. Irgendwo war natürlich ein bisschen anstrengend, am nächsten Tag irgendwie aufzuwachen, zum Frühstück wieder passend und so. Aber trotz alledem, alles hat sehr, sehr gut funktioniert. Ansonsten geht es jetzt für uns weiter Richtung Schweiz. Und dann, ja, schauen wir einfach mal, wo wir landen. Ja, ihr Lieben, 70 Tage lang kein YouTube-Video. Das gab es auch lange nicht mehr. Also auch die Schnipsel, die ihr jetzt heute gesehen habt, die sind natürlich schon eine ganze Weile her. Wir sind mittlerweile drei Wochen lang schon in Deutschland, haben Familie und Freunde besucht. Unsere Tochter wollte natürlich gesehen werden. Da hat sich einiges entwickelt in der Zeit. Und ja, deswegen gab es einfach mal eine lange Zeit keine Videos. Ich habe mir, ich habe den Druck einfach mal so ein bisschen rausgenommen. Es gab auch keinen Content zu produzieren. Und aus dem Grund gab es einfach mal eine Zeit lang keine Videos. Was mir auch tatsächlich wirklich mal ganz gut getan hat, bin ich ganz ehrlich. Seit 2015 mache ich jetzt hier diese Videos. Ich habe eigentlich immer versucht, jede Woche ein Video hochzuladen. Vielleicht kam mal alle zwei Wochen ein Video. Vielleicht gab es mal eine kurze Pause. Aber so eine lange Pause gab es, glaube ich, für mich noch nie. War aber tatsächlich auch mal sehr angenehm. Für mich geht wieder, geht das Hauptberufsleben im März jetzt wieder weiter. Ja, für mich tatsächlich morgen, also am 4. März geht es wieder los zur Arbeit. Heute, wir sind erstmal hier so ein bisschen angekommen. Der LT steht jetzt wieder auf dem Campingplatz. Wie gesagt, wir mussten uns auch hier erstmal uns wieder so ein bisschen einleben. Ich möchte jetzt einfach nur mal ganz, ganz kurz nochmal ein Fazit zur allgemeinen Reise geben. Also ich kann wirklich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr die finanziellen Mittel, die zeitlichen Mittel dazu habt und natürlich auch Lust auf sowas habt, dann macht das auf jeden Fall. Nehmt euch mal die Zeit, ein bisschen unterwegs zu sein. Also vielleicht, gerade wenn ihr Eltern geworden seid oder sowas. Ich fand es richtig, richtig schön, meine Tochter aufwachsen zu sehen, mehr oder weniger. Also sie ist ja jetzt schon 16 Monate mittlerweile alt. Aber das alles mitzubekommen, wie sie anfängt zu laufen, wie sie das erst nochmal und Papa sagt, das ist einfach schon krass faszinierend. Und ich bin froh, dass wir das alles machen können und ja, auch gemacht haben. Ansonsten hoffe ich euch, hat die Videoreihe wieder gefallen von der Reise. 2020 haben wir ja sowas ähnliches schon mal gemacht. Natürlich in dem Fall ohne Kind. Und ja, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Lasst ein paar Kommentare reinflattern. Der Algorithmus wird wahrscheinlich jetzt ziemlich gekillt sein, dadurch, dass ich jetzt so lange keine Videos gemacht habe. Aber wie gesagt, ich nehme den Druck jetzt noch ein bisschen raus. Wenn es kein Content gibt, gibt es kein Content. Aber ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und es wird auf jeden Fall weitergehen und ihr werdet sehen, womit. Und schreibt auch gerne eure Fragen zu der Reise in die Kommentare. Wenn noch Fragen offen sind in irgendeiner Form, einfach gerne in die Kommentare hauen. Wie läuft es mit dem Reisen, mit dem Kind, mit dem Hund, mit dem Wohnmobil? Ja, schreibt es einfach gerne in die Kommentare. Auch da möchte ich jetzt wieder aktiver werden. Auch da habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen. Einfach mal eine kleine Pause gemacht. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung so. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein! Amen. Amen. Vielen Dank.